Beim Jarke steigen wir auf die Waage. Eine kreative Spendenaktion für die Landstuhlertafel. Am Samstagmorgen, den 8. Februar, versammelten sich zahlreiche Bruchkatzen im E-Center Jarke-Rammstein, um das Prinzenpaar für eine gute Sache gegen Lebensmittel aufwiegen zu lassen. Tatkräftige Unterstützung gab es auch von Geschäftsführer Michael Jarke sowie seinen Kunden. Ein großes Spenderherz hatten auch die Mädels der Senatsgarde mit ihrem vollgepackten Einkaufswagen, der auch notwendig war. Den Anfang durfte Prinzessin Nadine II. übernehmen und stieg unter den wachsamen Augen vom Elferrad auf die überdimensional große Waage. Fleißig wurde eine Kiste nach der anderen gefüllt und die Waage setzte sich in Bewegung. Dann hob Nadine II. vom Boden ab und das Gegengewicht war somit hergestellt. Anschließend durfte sich Prinz Markus I. sich wagen, auf die Waage zu setzen. Das gleiche Spiel noch einmal, doch diesmal sollte es etwas länger dauern. Es wurde gestapelt, aber nichts hat sich bewegt. Zum Schluss mussten die gespendeten Tüten aushelfen, um die prinzlichen Kilos auszugleichen. Ein großer Spaß für alle und eine tolle Bescherung für die Langstühler Tafel. Ein großes Dankeschön an alle Kunden, die bei der Spendenaktion mitgewirkt haben, sowie an Michael Jake für seine großartige Unterstützung. Darauf ein dreifach donnerndes... Kanzlei! Opa! 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 Dankeschön! Kanzlei! 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 Untertitelung des ZDF, 2020